Das ist der größte Meg, den ich je gesehen habe. Der größte, den überhaupt jemand gesehen hat. Das ist der Spitzenpredator. Vereilung! Sowas haben wir noch nie gesehen. Sie jagen im Schwarm. Keine Sorge, die Station hier ist Meg sicher. Aber das ist völlig unbefühlt. Meg 2. Die Tiefe im Kino.